hallo und herzlich willkommen zu einem neuen tollen super folge alter was tut denn er da rein dead by daylight zusammen mit dem wirbel mit dem wolfman wuffy und der wika hey wie wäre es nicht mit wuffis oder mit fuffi fuffi das ist das ist dann total weit hergeholt aber ja ja das ist jetzt hast du bald verkackt er ist der 50 und der wirbel ist das cent der fuffman der 50 shades of grey ich muss euch gleich mal ein video schicken über den fuffman warum nein lass es bleiben bitte ich konnte nicht mehr verlassen als ich das gesehen du bist ja auch immer ganz sauber ja aber du auch ja aber meine pofalte ist wenigstens gereinigt warte du musst du musst jetzt mal gleich ganz nein muss ich nicht nein muss ich nicht schade wir wollen hier jetzt erstmal ganz gemütlich eine runde spielen okay aber schon trotzdem braucht es doch schon wieder was der wirbel der braucht es doch schon wieder den juckt ich glaube es auch du musst auch wieder analpenetration leiden hier so faulige felder so machen wir wieder ja drei leute haben toolbox mit sabotage also was glaubst du ja wir machen generatoren also ich mach haken ich könnte alle haken abmachen und ihr macht generatoren also mein haken ist weg ich mach grad den vika trick auf wann 1000 welchen kistegeiern nein im kreis rennen im kreis rennen ja also bitte was denkt ihr denn was ich tue ja im kreis rennen kiste geiern und im kreis rennen ihr seid doch arfe ich hab ne kiste gefunden ich hab grad eben auch ich glaub ich kenn diesen trick besonders gut weil ich grad eben ne kiste gegeiert hab während du im kreis rennst genau um die kiste so ich muss mich noch einmal dafür entschuldigen dass ich krank bin der wirbel ist auch krank ich bin krank danke für den kaputten haken kein thema der wahrscheinlich kaputt ist nehm ich mal an sie hebt mich aber sanft auf der klasse optimiert ich glaube sie benutzt diese neue um von den löschen für sein markt kennst du diese marke das ist so blöd auch mal das er verarscht sich einfach selbst er ich dachte es ja wohl ja ich darf das du darfst ja Prozent Prozent warum lachen jetzt denn weil wir direkt neben mir das ist so wichtig ist von kreft Prozent wie erstens wenn wir vielleicht doch auch ein paar Generatoren machen er ist es ja direkt in der Tat hätte sie ja bitte auch weiter machen neben einem es ist Prozent der nächste Generation trinken wenn er um den Generator bis er fertig ist genau also also wie das wird auch mal ein guter Killer, oder? die dann mit auf einem Einhorn reitenden Glitzerstopf Alter, da trittst du einmal gegen, hast gewonnen, oder was? Was? Ah! Oder du holst so eine Fliegenklatsche mit, also das ist ein neues Item, kannst die Killer damit ausmachen Ja, man könnte ja mal einen süßen Killer einbauen so ein My Little Pony oder so Ja, klar so ein kleines Psycho-Kind, das fehlt eigentlich noch so wie Chucky, so ein Chucky-Kind Ey, da musst du mal in den Steam-Communities nachgucken, Alter, dann machen sie ständig neue Killer Ja, da habe ich auch schon ein paar gesehen Hey, wer macht denn jetzt hier den Generator gerade? Ja, ich? Mann! Die Nurse ist doch gerade hinter mir hier direkt Ja, hinter dir her, nicht hinter mir Ja, aber ich renne die ganze Zeit an dem Generator hier vorbei Oh Ja Dankeschön, dass du mir die Nurse vom Hals rennst Wie kann ich den Generator hier weiter machen? Oh man, der Pussy-Crusher, he Ja, weiß ich Ja, die Nurse ist halt ne Pussy, weißt du? Ja, was? Ah, die Spalte müsste man ordentlich rein, von der Nurse Boah, was? Ey, warum seien die jetzt alle drei angehittet? Was macht ihr denn die ganze Zeit? Hey, was wäre jetzt angehittet? Alle drei von euch? Hey, was? Zwei? Könnt ihr mal bitte woanders hingehen? Ich will den Haken da sabotieren Die Generator zu machen Sie ist denn mit euch nicht richtig? Alles Oh, ich hab' Generator verkackt Nee, die kommt jetzt wieder zu Ach, sag Ja, wirbeln Ich dachte, du musst hacken Ne, ich mach' grad' den Weka-Trick Ach so, ich mach' mal hier den Wohl Wohl Toll Scheiß Wohl Ähm, da ist ein Medikind für dich, Claudette Ich hab' schon ganz Ja, toll Ja, da ist ein Gelbes Ja, ich hab' halt ein Braunes Ja, gelbes wär' besser, oder? Aber ich hab' Opfer gehabt, äh 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 Welch? Ach, die Kompresse und äh äh Äh, äh, ja toll, ich die Dreck was war, was war des? das war das war das eine wirbelexplosion was ist denn das für eine blöde kuh warte warte ich hol dich runter die die ist auf teleport macht den haken weg ich kann den haken und ich weg machen toll bist du jetzt da ja sie hat mich von dir weggezogen super ihr müsst genau so machen wie ich es gemacht habe einfach hingehen und dich wegziehen lassen wenn das der trick ist äh komm wo bist du komm ach da kommt er aus dem Bund stellst du weißt du uns nicht lachen ja ich seh grad keinen weiß ich so halt dich mal oben da ist ja gar keiner und dann kommt er aus dem Bund noch ja toll die netz ist halt aber dann weg ja du kannst mich ja immer an den Momenten wo sie etwas weiter weg ist kannst du mich schnell holen jetzt zum Beispiel lass die zwei nicht richtig machen mach dir nicht fertig ich hab schon drei jetzt ist mein dritter jetzt auf 99 ja kein Problem ich kann mich selber rein ne also kommt doch nicht fertig machen nicht fertig machen ja mach ihn fertig äh Achtung äh wirbel die kommt zu dir oh tatsache aber die scheiße schlecht man kann jetzt man kann mich holen ja ich bin auf dem Weg ja ich weiß ich weiß jetzt kommt der Tür zurück ich gehst wieder weg oh jetzt ist sie wieder da ach ist doch die Nutte ähm Kili ich hatte ne Idee ich geh ihn retten und du stellst dich direkt dahinter sprich so dass du mich tankst mit dem Typen also mit Wolf mit dem Puffman ok und dann äh und danach können wir alle abhauen ok du bist dann angehittet aber wir können abhauen ok und danach tanke ich dich ok 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 auf drei ja auch los sie ist hinter mir also du kannst sie holen du kannst sie holen nein die ist nicht hinter dir sie ist bei mir sie ist bei mir nein sie bleibt da sie bleibt da ja ich sag ja sie ja äh alter die jetzt seid ihr alle drei hier ja voll hart oder ok ok komm wir machen es so wie ich es gesagt habe ok los gut super gemacht wirbel ja das hat leider nicht so gut getan ne nicht so geil hilf die hilf die sie hab ich sie hab ich shit ahhh ich bin tot will ich sagen aber ich hab jede Menge helfen sollen um und der Haken ist weg ja voll dass ich dass ich Punkte zu helfen bekommt ich mag ich hab jetzt auch nicht gedacht ne ich hab die Nörse abgelenkt in der Zeit ähm kannst du jetzt alle Generatoren anmachen ich hab nur ich hab einer fehlt noch du scheiße weil dann wär ich nämlich direkt am stehen ja da steht er wie der 1 g ja genau mach ich ja die Vika macht grad nen Generator ja sehr gut äh du musst nach links du musst nach links da ist sie ah ja was macht ist sie doch bei dir oder was ne 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 sie ist beim Generator dahinten ich kann euch hier beide bloß sehen äh ja ja klar äh Vika heißt du komm wir halten uns mal kurz soll ich als nächstes einfach Anführer reinpacken das ist mir eigentlich schnuppe oh fuck jetzt was ist denn los heute damit wir schneller Generator noch zu machen können du bist doch eh nie bei mir ne jetzt krieg ich halt mal auf uns zu ja äh was denn ihr müsst doch einfach nur den scheiß Generator machen nein das soll ich wüsst mich vielleicht auch heilen ja wärst du so nett ja lass euch Zeit ja komm der hat doch noch ewig Leben das stimmt schon ich geh mal mit dem Kopf durch die Wand genau und ich tue hier so lange ich tue so auch mein Werkzeugkasten benutzen dann geht's vielleicht noch ein bisschen schneller ja mach des ja mach des mach des scheiße ok sie kommt hier zu euch ja sie kommt zu euch ja sie kommt zu uns ok hol mal den Wirbel komm ah es fliegen schon die Raben über mir ne ja ich komme was sie fliegen über dir wenn du im Boden liegst ja tatsächlich ja du kannst doch gar nichts machen warum fliegt die denn über dir das sind die geier die mich holen wollen die fliegen auf ihn es sind die fliegen wenn ich geschissen habe wie komm ich immer da rauf immer diese vergleiche Genese in die gescheißen fliegen um die scheiße kreisen ja als nächstes nennt er sich fliegen schiss genau MC fliegen schiss MC fliegen schiss yo MC fliegen schiss in das Haus aber perfekt enteilt schild in Joachim aus ein Schild in Japan ihr habt gute Arbeit geleistet ja alle Haken zählt das ist sonst was auch eine Klappe ich habe auch ein ne ne ja was denn scheiße hast du das gesehen ja ich hab's gesehen fuck das war dann die Titten zu früh gehauen oder sowas ja ich glaube die ist noch recht neu in der Nurse also mit der Nurse nicht in der Nurse ey hast du grad meinen Ruf beschädigt? ja ist so aber wie geht das überhaupt kann man deinen Ruf beschädigen weil mein Ruf kaputt geht ne also mein Ausgang ist offen falls ihr grads nötig habt ja also fast auch ne ne ich hab's nicht nötig Nika hat's glaube ich nötig oder? ja aber die ist halt direkt am anderen Ausgang ich bin am anderen Ausgang ich weiß ja nicht an welchem Ausgang du bist ja der noch nicht offen ist ja ja ich bin bei dem wo offen ist scheiße ja wo ist der äh beim beim Mähdrescher beim Mähdrescher Nika folg mir ja folg mir du der andere ist doch auch offen ne der ist nur ganz ganz fast offen das fehlt noch ein Millimeter warte Mika links hinter dich hä was was links warte 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 ihr seid doch doof wo bist du ja am Mähdrescher gerade warte ich hab ihn warte ich hab ihn warte ich hab ihn oder? ne ich hab ihn nicht ne ich hab ihn nicht Mika bist du am Mähdrescher bist du am Mähdrescher ne ne schon längst nicht mehr da ist er ich bin schon am Mähdrescher ja wo ist der Mähdrescher ja äh da wo man zweite Ausgang ist auch offen da beide Ausgänge offen da 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 folgt mir hier hier ist doch direkt der Ausgang Alter mein Controller ist ausgegangen schluss ich brauch neue Batterien sie ist bei mir ja geh aus komm ich halt dich ich halt dich ich halt dich ich halt dich ja mach ich glaub wir haben noch Zeit ne ich glaub wir haben noch Zeit ne okay ich geh raus bist du ja nicht einfach sterben gegangen sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön warte ich will den Killer noch ein bisschen T-Bang 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 so ausnahmsweise werde ich die Folge hier noch nicht beenden weil ich werd äh trommelwirbel ich geh jetzt Prestige 2 Junge da seid ihr dabei da sind wir dabei yes alles im Arsch ich bin Prestige 2 ich bin fast Prestige 3 also Ehrenpreis halt doch dein blödes Maul ich bin halt kein so ein Arschloch der den ganzen Tag nichts tut ey ey ich hab halt die Double Blood Coins ausgenutzt ja du bist Lutschkopf das ist alles so da seid ihr jetzt auch noch ich mach jetzt mal kurz mein Blutnetz schauen wir mal wie es jetzt geht das ist ja das ist So, alle Punkte sind weg. Level 19 schon mit Prestige 2 ist natürlich geil, ne? Also das taugt schon richtig. Aber wie immer die Prestigekraft werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Wie immer, ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken, abonnieren und kommentieren. Bis dahin und tschüss.